Jaaa! Erik! Ja? Nein! Ja, das hat er mitgenommen! Ja! Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und damit noch zum nächsten Video. Heute wieder mal Corleone Gang War und zwar haben wir gegen die Crips Gang War gemacht und ich weiß nicht was momentan mit denen los ist. Wir haben sie komplett zerstört in Grund und Boden und das Ende ist auf jeden Fall am geilsten. Das müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen und Falls ihr in Zukunft sowas nicht verpassen wollt, könnt ihr dem Video natürlich gerne ein Like da lassen und dem Kanal ein Abo und ihr wisst, habt ihr einen langen Schlong. Drückt die Glocke auch noch und jetzt viel Spaß beim Video. Hi guys, wir kommen rein, wir kommen rein, wir kommen rein, wir kommen rein. Ja? Die abkennen nach vorne, ne Jungs? Hey! 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 Sag mal, lass uns in der Kalle. Bruder, ihr könnt das direkt von rein. Hier, hier, hier! Zwei Stück! Lass dich doch mal rein kommen, Leute! Was ist das? Ey! Lass dich rein kommen, Jungs! Bruder, das macht keinen Trick! Ey! Lass dich mal rein! Hey! Wie kommt man da runter wieder? Ich muss ja keine Ahnung. Ich war doch nicht drin in der Zone. Hallo! Schieß mir mal bitte in den Kopf! Wir sind doch auch im Weg! Schieß mir mal in den Kopf! Wir dürfen das nicht wirklich! Wir kriegen Dings weg! Wir treffen da gut! Danke! Ey! Wer da ist hier? Ich knall jeden von euch ab, der Lärmsfrau! Hör doch mal auf! Ja! 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 Ich hab gerade gesagt keinen Spawn schirfen. Verlaufen ist der Scheiße. Ihr schießt doch nicht sofort in den Spawn rein. Ihr schießt erst noch auf die, wenn ihr auf die Zone reinkommt. J, ihr müsst ein bisschen zu den paar Meter. Sie haben ja gemacht, aber ich hab keine Ahnung im Absheitsversammlung. Jeden von uns ab, weil jeden. Ich knall alle ab. Und merke dann die Namen und dann lasse ich nicht. Mach einfach Versammlung bei 46 alle. Ok, dann gehe ich zurück. Auf der Brücke sind hier! Sie wollen von hinten rein, kommt nicht auch. Zwei sind noch auf der Brücke, zwei sind noch auf der Brücke. Pass auf, die gehen durch unseren Spawnrein. Ja, weil ihr die nicht so reinlässt, Mann. Tötet doch einfach alle, die da vorliegen. Brücke, nur noch einer, auf der Brücke nur noch einer. Die kommen von unserem Spawnrein. Die kommen von beiden Seiten, Jungs. Komm, zeig dich doch der Brücke, zeig dich und tack, tack. Alles hinten. Boah, ich treffe ja nix. Es fällt einfach keiner. Keiner kommt von außen. Wir fallen halt wirklich nicht. Ich schieße den Fünfer in den Kopf, ne? Oder wir treffen nicht. Kann auch sein, wir sind zu schlecht. Jungs, bei mir knickt die ganze Zeit seinen Kopf nach hinten. Komm, Alter, hinter dieser, hinter dieser kackten Rohr. Auf links, die Leute, geht weiter zurück. Hab den, hab den, hab den, hab den. Oben noch einer rechts. Zab-Zarap hat sie gemacht. Zab-Zarap. Zab-Zarap. Zab-Zarap, bruder. Zab-Zarap hat der gemacht. Und dann lag der. Kommt ne Menge überreicht. aber die sind ja ultra kacke oder was ist das die sind ja ultra kacke was mit denen die pushen jetzt nach links was mit denen blunt johnny time to say goodbye ich treffe nicht das ist gar nicht so leid ja sieh hier geht's noch bleib einfach dabei john, john du guckst da nach die um Zack! Yo! Mashallah, Bruder! Mashallah, Bruder! Hey! Oh! Oh! Was, Toni? Einer Mann hat mich getötet! Bruder, hast du Munition noch? Nein! Ja, ist er weg? Er pusht, er hat uns schon gesehen. Hey, Munition! Wir brauchen Munition! Ach, von unserer Spawn kommt einer! Hinter uns direkt! Ihr seid so weit drin! Ihr seid so weit drin! Ihr seid so weit drin! Wir brauchen Munition! Bruder, linker Seite, die machen das klasse! Okay! Ja, aber reichst du weiter? Ja, mit auf! Ja, reichst du weiter? Ja, das passt gut! Bruder, linker Seite, ich guck hier! Warum fallen die wieder um? Ihr seid so weit drin! Ihr seid in der Spawn! Munition! Hinter uns! Aber dann knallen die ab, die vorne im Spawn sind! Munition! Arambambambambam! Komm, du guckst da noch! Du kleine Pendejo! Hola, du kleine Pendejos! Was? Eigentlich... Das mal links noch ein bisschen weiter zurück! Naja, ruhigchen jetzt mal rein in die kleine Olga! Ja, sie stirbt einfach nicht! Dafür stirbt er! Warum stirbt die nächste Scheiße doch tot! Danke sehr! Ola! Como estas? Oh mein Gott, ich bleib hängen! Das ist doch gar nicht mal so geil! Einer liegt! Juri! Ich muss wieder zittern! Was ist das für eine? Ja, 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 ja! Oder nehme ich die MK2 und bin einschreckt! Die kommen rein! Die kommen wieder! Die kommen von außen! Was ist das für einer? Die kommen wieder um rein und sind von außen! Die strebt wieder gar nichts! Arrium, sehe ich blau aus? Da liegt er! Wer war denn sicher? Okay! John, bist du Container, Jungs? Bitte! Ich bin die ganze Zeit bei diesem mit dem Konzept! Komm zurück! Komm doch, Hitor! Die rennen dich weg! Wie? Ja, die rennen von außen! Wuhuuu! Schau schau! Oh der ist auch böse Hä, wieso kann ich das nicht mehr machen? Gibt das auch wieder nichts drin? Ah, er kriegt den Kill Na von uns zu nehmen Wie ist es bei euch? Rechte Seite, alles gut? Ja, okay Hallo Rechts auch, ganz vorne zurück Mach's ne Rückzug! Ach, Mann! Fluffy, komm mal her, Junge, was machst du da, Digga? Wieder einer komplett rechts, zwei komplett rechts Wir connected auf nichts, Alter Egal, scheiß drauf Reiner! Reiner, die Jungs Wo steht Bruder, ich sag dir ehrlich, der eine schluckt zehn Kopfschüsse bei dir Ja, das ist normal Da manchmal Ja, Bruder, genau, dann gehen die Dinger weg Geil Bruder, was ist das? Die fallen nicht um Komm Der kommt ganz weit rein Der ist schon groß Der ist schon groß Der ist schon groß Der ist schon groß Das ist keine unter mehr Geil, komm, eine Gebäude zurück, bitte Mit den Kollegen da Eine Gebäude nur Hier, Jungs Ne, ich geh nochmal rein Das sind zwölf Meter Die Busche kommen von rechts Von rechts, drei Stück Ja Ja Dirk Ja Hat er erst Nein Ja, das hat er nicht genommen Ja Wieder Nein, nein Er hat das gewusst So macht er das So, ja Hallo, wer das geschieht Hallo, Jungs, hallo Hu Alles klar, GG Tschüss Tschüss